Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play! Ja, immer noch mit dabei, der Knotosaurus. Ich hab erasst. Und wir machen jetzt ein Selbstmordattentat. Wo ist der Reisschnaps und unser Stirnband? Ich glaub ich auch vergessen. Scheiße. Die legen es tatsächlich drauf an zu sterben, um einen anderen Dino spielen zu können. Aber wir werden natürlich nicht kampflos untergehen. Meine Arme sind zu kurz, um eine weiße Fahne zu schmecken. Oder die haben jetzt einen neuen Mond. Guck mal, der ist ja hübsch. So, die Shantos sind am gefährlichsten, auf jeden Fall. Der Mond ist, wenn da der weißer Fleck? Nö, ich hab da Konturen drauf. Achso. Nein, wir sind zerstört hier. Wir sind so gut wie tot. Aber ich will versuchen, noch wenigstens ein, zwei mitzunehmen. Okay. Das wird jetzt sehr interessant, Leute. Sehr interessant. Guck mal, der Kleine, der Diablo Ceratops, der da sitzt. Der ist eigentlich so der erste Opfer, ne? Ich halte die anderen mal so ein bisschen versucht, die in Schach zu halten. Der Beobachter ist schon der... Der Kleine, ja? Der Stego. Der hat aber nichts drauf. Ach, der Stego, ja. Ja, es konnte Schanto, jetzt konnte Schanto. Ja, die haben gewusst, wo wir jetzt rauf wollen. Ach, der Zweck, der hat sich ausgelockt, okay. Achso. Wahrscheinlich habt. Was war er hier? Ist er dort? Ne, fast. Ne. Ah, er droht uns! Er droht uns! Ja, das ist schwer, die zu erwischen. Den musst du mal laufen erwischen, irgendwie. Der ist schnell. Guck, der kleine Maja-Saurus, was will der denn? Krieg erst mal keinen. Was, Freaky Fartes? Geil. Ist Fart nicht der Furz? Ja. Der ist ein bisschen Lebensmühle, ne? Komm, den können wir kriegen. Achtung, Achtung. Kommen Sie? Ja. Okay, okay, okay. Wir haben ihre Aufmerksamkeit. Der eine ist ins Wasser gerannt. Muss gucken, der kommt gleich von links raus, glaube ich. Der ist auf jeden Fall im Wasser. Ja. Was für einer? Ähm, der Galli, glaube ich. Der Kleine. Okay, der kann, machen wir dafür. Guck mal, wie sieht der Strand aussieht. Wir werden auf jeden Fall beobachtet. Ah, das ist auch wieder die geile Jagdszene, ne? Queen of Dinosaurs. Die haben wir doch auch schon umgebracht, oder? Das ist alles, was wir sind ihm schon begegnet. Ja. Der Kleine geht mir auf den Sack hier. Jo, da war er. Zack und weg. Down, mein Freund. Down. Sollen wir den Vorzeichen kaputt machen? Der droht mir, der droht mir. Los. Das war jetzt lag. Krass. Ja. Was reingebissen oder war weg? Ja. Die wollen zum Wasser, da haben sie große Schwierigkeiten. Wasser würde ich nicht gehen, Leute. Wasser würde ich nicht gehen. Hier treiben wir Jungs dahin jetzt. Ja. Oh mein Gott. Eigentlich müssen wir auf denen ihre Seite kämpfen, ne. Die anderen wollten wir uns nicht. Hast du auch grad FPS hab ich grad richtig mies? Ja. Das ist sehr rucklig hier. Ach, hast du auch, ne? Vielleicht noch was am Wasser. Ich hab um die 30 FPS nur. Oh Gott. Was? Ich hab ihn gar nicht gesehen eben hier. Queen of... Ich hab nur um die 30 FPS hier gerade. Ich denk mal das liegt an der Fülle der Dinosaurier jetzt hier gerade. Hm. Ich hab's nicht gar nicht gesehen, wie der das gemerkt hat. Ja, bei dir, wie gesagt, läuft's auch rucklig, ne? Ja. Ja. Das ist die Fülle der Dinos hier. Die rennen auf jeden Fall... Ach Gott. Bleibt gleich die Stimme weg. Die rennen auf jeden Fall zum Wasser jetzt. Ja. Also wenn wir den separieren können, den einen Shanto, den könnten wir auf jeden Fall kriegen. Also einen kriegen wir auf jeden Fall. Aber zwei ist schon immer später. Gut, wir haben schon drei geschafft, Leute. Wir haben schon drei geschafft. The furious Dino. Geil. Guck mal, die sollen nur weg von der Härte. Guck. Die sollen nur weg. Guck mal, jeder kommt und der kriegt einen jetzt ab. Einer geht zu mir, einer geht zu dir. Komm, mein Freund. Geil auf Dinos Haus, du bist Geschichte. Der geht nicht... jetzt... Boah, das ruckelt. Geleckt total. Ja. Ich hab ihn auch grad fast erwischt. Jetzt bin ich wo ganz anders. Das ist richtig scheiße gerade. Nehmen die dich grad auseinander? Ne, ich fixe sie. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, jetzt bin ich tot. Aber ich hab einen, glaube ich, noch mitgenommen. Geil. Okay, das wollten wir ja. Auf jeden Fall. Einen hab ich, glaube ich, umgebracht. Und das ist so krass. Die haben mit allen Mitteln auf mich eingeprügelt. Die haben echt gebraucht, bis ich tot war. Mega, Leute. Richtig geil. Ich hab noch einen Twike mitgenommen. Sehr gut. Ich hab einen Shantung genommen. So, Queen of Dinosaurce ist auch down. Sehr gut. Ich hab die alle angebissen, also die müssten nicht mehr viel haben. So, und der Nächstes down. Ich blute aber schon wie ein Schwein. So, Nächsten... Ich krieg die alle. Geil. Also fünf hab ich schon. So, ich geh jetzt bei Baryonyx rein, ne? Vielleicht bin ich ja direkt hier am Wasser. Geil. Alle down. Alle down? Lebst du da? Ja, ich leb noch. Oh, ich hab die alle angeknapst. Jetzt kommt die Rex und jemand wird mich wahrscheinlich platt machen. Jetzt hier Karl Uno. Aber da hab ich gute Vorarbeit geleistet. Das ist sehr gut. Ich leg mich mal einfach mal provokativ hin. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Ich muss mal gucken. Ich bin gar nicht so weit weg, glaube ich. Ich bin gespannt, ob die mich jetzt killen oder nicht. Wo? Also ich bin minus 517 und 118. Ich bin minus 406 und minus 43. Okay, ich muss im Minusbereich wieder rein. Das ist, glaube ich, komplett auf der anderen Seite. Ich bin jetzt kleiner Baryonyx. Das war mega geil, Leute. Aber hier sind die FPS wieder sehr gut. Hier hab ich 80. Ich glaub ein Raptor verfolgt mich. Ja, was ne Aktion, ne. Die haben keine Chance gehabt. Ja, Raptor verfolgt mich. Die sind so schwach. Also das Rex ist echt scheiße. Geil. Aber 6 Stück hab ich ja bestimmt. Ich wusste nicht, ob er mich jetzt angreifen will. Keine Ahnung. Kam auf einmal angelaufen. Ich hab ihn mal nur angeknapst. K.U. nur lässt mich jetzt auch in Ruhe. Also hier können auch viele Missverständnisse passieren. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hab mich nur gewehrt gerade. Also falls es mal wirklich Viewer sind, die mich einfach nur begrüßen wollen hier oder so. Schreibt es in den Chat oder so, Leute. Schreibt es einfach in den Chat. Weil wenn ihr so angelaufen kommt, denke ich, ihr seid Feinde. Oh, die haben hier neue Steine reingepackt. Mega, Leute. Sieht ja geil aus. Es wird jetzt wohl auch eine zweite Map noch gebaut. Da gab es schon erste Screenshot. Sie sieht richtig geil aus. Mhm. So, minus 460 und, äh, plus 118 bin ich noch. Da hinten ist erstmal Nahrung dich essen. Was du jetzt schon? Du bist schon wieder komplett geheilt. Oh, du bist immer noch am Leben geil. Ja, ich, 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 mich tötete da ja keiner mehr, ist keiner mehr da. Haha. Das ist viel zu krass. Ja. Viel zu krass. Also wo die andere Herde ankam, da waren die schon alle down. Haha. Ah, es muss echt verboten werden, der Rechse. Der Rechse ist viel zu krass, ne? Da kann ich eine ganze Herde auslöschen, Leute. Das, das geht nicht. Das geht gar nicht. Also die, die haben zu sechs auf mich eingeschlagen. Ich habe die alle platt gemacht. Ja, mich haben sie gekriegt. Oh, meine Energie ist jetzt schon wieder aufgeladen, komplett. Also da muss Donnie unbedingt nachbessern. Weil es ja kein Wunder, dass alle dann den Rex spielen. Ja. Sag mir nochmal deine genaue Position. Äh, minus 409, minus 43. Minus 43. Okay, dann muss ich da irgendwie rüberlaufen. Minus 43. Oh, da bin ich noch weit weg. Ah, das passt aber. Das müsste eigentlich da drüben sein. Das müsste komplett da auf der anderen Seite sein. Oder noch weiter weg. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt wieder im großen, im Ozean schwimmig. Laufenderweise umher. Ich weiß nicht, wann hier der nächste Angriff startet. Ich bin jetzt ein kleiner Baryonyx. Ich finde den ganz hübsch eigentlich. Gehört zur Familie der Spinosaurier. Ich muss mich aufladen. Geil, hier ist einer der heißt Tyrannosaurus Regina. Ja, bist halt Sargent Katzenfutter. Ja. Alter, Sargent Katzenfutter. Das ist eine Legende, Leute. Das ist echt. Ja. Battlefield 4-Zeiten. Sargent Katzenfutter. Wenn du denn so oft von dem getötet worden bist. Sargent Katzenfutter, Leute. Ich frag mich manchmal wirklich, wie Leute auf solche Namen kommen. Das ist... Also was ich manchmal schon gelesen habe an Nicknames. Das ist einfach nur geil. Das war das krasseste, was ich in meinem Leben je gelesen habe. An Schwachsinn. Sargent Katzenfutter. Also es ist... Es ist einfach nur geil, ja. Es ist genial. Ja gut, Knotenkot, ne? Genauso hirnrissig. Ich muss gleich da sein, Dinger. Cool. Ne, jetzt muss ich in... Wir sind viele gefährliche Dinosaurier. Ich bin gleich tot sowieso dann. Minus 400 bin ich jetzt, aber das ist falsch. Ist das doch da, in die Richtung mehr? Ich sehe hier überall Rechse sitzen und ganz viele andere Saurier. Ich weiß gar nicht. Ne, da hinten muss ich hin. Bei uns sind nur Rechse. Ich sehe gerade zwei Rechse laufen. Ich bin jetzt minus 400 und plus 50. Sinkend. Ach, da hinten. Ich sehe eure Gruppe. Ich renne genau... Alter, jetzt gehen die FPS gerade runter. In den Keller. Ich sehe die ganze Gruppe da hinten sitzen. Alter. Ja, das sind die ganzen Dinos. Da gehen die FPS runter. Aber ich werde jetzt mal ganz normal laufen, dass ich ein bisschen Stamina habe. Weil ich weiß nicht, ich komme glaube ich nicht durch diese Wand hier durch. Hier sind überall bösartige Tiere. Und ich bin nicht gerade der Schnellste. Könntest du mir mal entgegenkommen, glaube ich. Ich weiß nicht, von wo du kommst. Also, ich bin jetzt... Ja, ich komme von der Wasserseite aus. Minus 403 und plus 26. Kommst du aus dem Wasser? Nee. Ja. Direkt aus dem Wasser. Ach, da bist du, oder? Nee. Ich bin ganz hinten noch. Ich komme schnurstracks auf die Rexseite zugelaufen. Muss mir nur sagen, wo du jetzt rennst. Ich stehe genau am Strand. Da ist so ein weißer Rex. Siehst du den? Ja. Daneben stehe ich. Renn mal, renn mal. Warte mal, dug dich mal. Ja, das bist du. Okay. Dann guck Richtung Wasser und lauf einfach geradeaus. Genau, genau, genau drauf zugeläufst du jetzt. Ich bin der Einzelne, der da hinten läuft. Ja, ich sehe noch bisher nur das Wasser. Ich sehe den Boden noch nicht. Da komme ich. Genau vor dich. Ach, da hinten der kleine Punkt? Ja, das bin ich. Ich bin ein Baryonyx jetzt. Gib Gas. Ja, mir kommt. Mein großer Papa. Boah. Will ich dabei sein. Alter, das ist so geil. Die Stelle hier ist so mega krass. Warte, jetzt bleibt mal stehen und jetzt hör dir mal meinen Sound an. Warte, pass auf. Hör dir mal meinen Sound an. Das hörst du dich an wie eine kleine Pussy. Mal so klein wie ich bin. Pass auf. Scheiße, ey. Warte, warte, bleib stehen. Hier. Hä? Warte mal. Das war laut, ja. Das macht ja nix. Komm mal her. Hier. Okay. Der ist böse, ne? Ja. Wie kann der so ein Volumen haben, Leute? Ist das schon wieder Krieg? Da ist irgendwie, jetzt beißen sich die Rechse gegenseitig tot? Ne. Warte mal, bleib hier. Du bist schneller als ich. Ich habe Angst vor den anderen. Aber bisher haben sie mir nix getan. Das ist alles Rechse hier. Der Rechse, der aus dem Wasser kommt. One Rechse für Sex. Sexy Rechse. Tut dir an, ihr habt gemäßt aber hier drum nicht. Alter. Ich brauche aber Wasser, ich muss trinken. Ja. Ist das, ist das Strike-Toter? Ja. Hier lebt kein Pflanzenfresser mehr. Hier vorne lege ich noch irgendwo. Wollen die Raptoren hier Stress? Ah, die sind gar keine Raptoren, ne? Lass mal zum Wasser laufen, ich muss trinken. Ich trau den Leuten hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass am Wasser die Pflanzenfresser sich sammeln. Aber dann machen wir so einen Platt, ne? Ja, ich versuch's. Aber das liegt hier so richtig verführerisch, ne? So gespreizt so ein bisschen. Ich kann mich komplett drin verstecken, Alter. Zack. Da killen sich welche. Ich sehe schon Blutfließen da hinten. Deine Blutfließen. Ja, wenn keiner mehr zum killen da ist, äh, müssen sich die Fleischwasser gegenseitig äh, killen. Mein großer Bruder. Komm auf meinen Rücken. Ja, ja. Hier kommt ein Kano. Ah, der Kano hat auch so einen krassen Brüller, ne? Der hört sich auch so mies an. Ich laufe so ein bisschen wie eine Ente, ne? So ein bisschen... Auf jeden Fall habe ich dicke Eier. Das sieht doch ein bisschen so aus wie eine Ente. Ja, ja. Das ist der Spinosaurus, ne? Die sehen so ein bisschen aus. Quatsch. Der gehört zur Gruppe der Spinosaurus. Genau. So war das. Das ist halt der kleine Verwandte. Und der richtige Spinosaurus Ägypticus, der ist größer als du. Der hat so ein riesen Segel auf dem Rücken. Der macht dich dann platt. Hoffen wir. Jedenfalls, dass der T-Rex so ein bisschen Konkurrenz mit dem Spino kriegt. Oh, der ist auch Party. Du musst mich so ein bisschen beschützen hier, wie gesagt. Ja, ja, mach ich. Ich sehe da hinten nur Leichen. Nehmen die Ball nur Leichen. Das ist einfach ein riesiges Schlachtfeld hier. Ja, wir gehen Schluck trinken und dann gucken wir mal. Also der See ist auf jeden Fall krass. Also wenn du drauf gehst, nimmst du dann auch den Baryonyx oder was? Jo. Also irgendwas, womit wir es ein bisschen schwerer haben. Dann wird es sich auch lohnt zu töten, Leute. Das ist ja, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, T-Rex ist positiv. Ja, komm, da hinten ist hier Pflanzenfresserversager. Echt? Ich sehe keinen einzigen. Ach, da hinten? Ah, ja, Trike, alles klar. Also auch nur ein Trike, ne? Ja, ein Trike, was gleich sterben wird. Okay, der wird gerade gegessen, ne? Ja. Ja. Ein Trike. Haben die anderen auch hierüber? Wird die Rechse? Oder die anderen? Ja. Die anderen sind bestimmt auch als Rechse wiedergekommen und rächen sich. Wahrscheinlich. Für meinen kleinen Schnabel hier. Hm. Hm. Damit kann ich dich körperlich untersuchen. Okay, Trike ist tot. Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Ich würde den mal gerne im Kampf hier testen. Den kleinen. Aber ich glaube, der ist auch so ziemlich wehrlos. Ich weiß es nicht. Lass es da zum Wasser zurückgehen. Ich denke mal, wenn, dann wird da was passieren als nächstes. Ja, wenn da Rex-Party ist, die beißen uns. Oder die beißen mich in Stücke. Da renne ich irgendwie mal so ein bisschen zwischen und dann... Dann war's das. Huiiii. Huiiii. Ich kann die richtig schön in den Hosen-Sack beißen. Mach das nicht. Das tut weh. Mit meinem kleinen Schnabel. Hm. Hm. Oder ich mache eine Körperdurchsuchung. Martin, das schnabelt hier. Oh Mann. Haben wir wieder einen Akku Kanto? Da wird schon wieder einer gegessen, ne? Ja, der beißt den Raptor tot. Zack. Du darfst dich hier nicht ausruhen, ne? Das ist gefährlich. Du darfst dich hier nicht hinsetzen. Das ist wie im Knast, wenn du die Seife fallen lässt, ne? Das darf hier nicht passieren. Ja. So. Und was uns hier erwartet, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wenn ich das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja mal den Unterknotosaurus. Tschüss. Achtung. Was? Kommt da jetzt was? Hinter uns, ja. Ach, das ist im Busch, ne? Der versteckt sich da, ja. Pikachu. Okay, wir warten noch mal kurz, bis zum Cut. Moment. Wer folgt er uns? Ne. Aber wir können ihn verfolgen, wenn wir jetzt. Das, das muss ich jetzt noch aufnehmen, hier. Was ist denn da? Das ist ein Juter, ne? Oh ja, der greift mich an. Auf. Oh, der hat mich gleich, der hat mich gleich, der hat mich gleich. Ich bin da, ich bin da. Ne, ein Alu ist das. Komm her, du. Der hat mir gut einen gegeben. Ach, du Scheiße. Ich bin gleich tot. Krass, krass, krass. Ja, jetzt holt mich der andere. Also, ich bin gleich die gleiche Geschichte. Das war's. Hat er mich erwischt. Räche meinen Tod. Bist du tot? Na, gleich. Ich blute auf jeden Fall und ich habe nur noch 344 Energie. Ich bin gleich. Gleich mit durch. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Von wo? Er kommt. Von, genau, von vorne. Äh, von rechts. Von rechts, also kommt er. Kommt genau auf mich zu. Der will jetzt nicht aufgehen, der will mich haben. Du nicht, Pikachu. Kommt er nicht ran an dich? Ah, ich humpel nur noch, ich humpel nur noch. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ah, er hat mich gleich, er hat mich gleich. Ich bin bald. Ah, er macht Blutschaden wie Sau, Alter. Jetzt kommt der nächste von vorne. Töte ihn! Töte diesen Bastard! Guck mal, ich kann wieder laufen. Okay. Ne, jetzt humpel ich wieder. Ja, ruhig mal. Ja, ruhig mal. 45 habe ich nur noch. Das ist sinkend, also ich werde das nicht überleben. Ich muss mich hinsetzen. Ich muss mich jetzt übelst verteidigen. Ja, ich versuch's. Der gibt nicht auf, jetzt bis ich tot bin, Alter. Blöder Bastard. Auch dann lass ich mich an deiner Leiche. Ich will mich an seinem Leichnam vergehen, Leute. Komm, halt durch. Heilig. 204. 204 Energie habe ich noch sinkend. Immer noch. Scheiße. Solange Blut ist, würde es auch weiter sinken, ne? Ja. Aber es kann sein, also ein bisschen halte ich noch durch. Bisschen halte ich noch durch. 194 und schneller sinkend. Ich glaube, der hat zu krassen Blutschaden gemacht. Der hat mich nur einmal erwischt. Einmal hat er mich nur gebissen. Oh, jetzt habe ich wieder 361 HP. Hatt ich das eben auch schon? So, auf einmal hochgegangen. Ist gestoppt, ist gestoppt jetzt. Ich verliere keine Energie mehr. Sehr gut. Schon mal die Attacke überlebt, Leute. Okay, okay, okay. Komm, die Catcher. Komm. Da ist die Attacke. Mann. Oh Mann. Aber ich kann wieder nochmal laufen, aber ich blute noch. Das hört doch erstmal nicht auf. Entspann dich erstmal. Okay, dein TeamSpeak verabschiedet sich glaube ich gerade. Ja. Ja, ich höre dich nur noch ganz, ganz schlecht. So, 359. Okay, ist alles okay. Ich habe auf jeden Fall wieder Hälfte Energie. Und ich habe hier eine nette Pfütze gemacht. Es ist nur die Spaß, äh, der Spaß zu töten hier, ne? Achtung, von hinten. Von hinten kommt. Ja, es ist sehr gefährlich jetzt gerade. äh, Depressed Lemon. Geil. Oh, hier ist ein geiler Name. Ich glaube der haut ab, oder? Steht der da noch? Geht auf jeden Fall. Ich habe aufgehört zu bluten. Das ist schon mal sehr gut. Also die Attacke haben wir erfolgreich überlebt. Also als Baryonyx bist du halt schnelle Beute. So, und jetzt machen wir an der Stelle erstmal den Cut. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin der Knotosaurus. Tschüss. Tschüss.